So, schon geht's weiter. Ja, ich kann nicht mehrere Zahlen eingeben, ich kann nur eine Zahl eingeben. So, jetzt sind wir auf 216. Können wir hier bei 216 jetzt irgendwas machen? Ah. Antriebsfehler. Dann machen wir doch mal, warte mal, wenn das doch jetzt, hallo? Wenn das doch jetzt funktioniert, dann machen wir mal 840 und dann Echo und dann machen wir mal die anderen. So. Den Janik wirst du jetzt, glaube ich, erstmal nicht lesen, Evil. Der hat von mir jetzt erstmal einen kleinen Time-Mod bekommen. Na. Na, mein Gott, ich drücke mal X. Verdammt. Oder machen wir erstmal die Antennen, stellen wir erstmal auf, ähm... Wo war denn das? War das? 949. 049. Was? Ich kann voll gut küssen und so. So. Dann gucken wir mal. 049 Echo. Transport aktiv. Unspecified cargo. Zeppelin ankommt. Zeppelin ist unterwegs. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Zeppelin aussieht. Da lasse ich mich ja mal echt überraschen jetzt. Von wo kommt der denn? Zepp... Ein Unterwasser-Zeppelin. Darf ich präsentieren? Schön. Geil. Voll wie so ein Chamäleon die Augen, ne? Ich kann in alle Richtungen sehen. Ah, wir brauchen wieder das Omnitool. Wer hätte das gedacht? Hey. Wo ist das? At least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course. Is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sides, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Oh, why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omnitool? Look who's been paying attention. I have to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us the chip. So, wir müssen jetzt den Chip besorgen. Vom Roboter. I feel awful. The robots only appear intelligent. They're much more like dogs than humans. I wouldn't hit a dog. Sorry. Poor choice of words. I don't want anything to hurt anything. Well, we need a tool chip or we're stuck here. Ja, ist ja gut. Ja, wir müssen von einem Roboter den Chip besorgen. Wie alt ich bin? Äh, ich bin zu alt. Ich bin zu alt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Können wir von dem den Chip hier eigentlich besorgen einfach? Oder wie ist das? Ich dachte, vielleicht können wir von dem einfach den Chip besorgen, aber ich frage mich... Ich frage mich, wo sollen wir dir jetzt einen Chip herbekommen? Von einem Roboter. Und er sagt, er will niemandem mehr wehtun. Ja, das muss ja einer sein, der lebt. Bist du es vielleicht? Nein, ne? Komm mal hier. Komm mal hier. Ja. Ich glaube, du brauchst das Ding, was in der Kiste war. Ich schau mal eben. Moment. Ja. Aber da komme ich noch nicht dran. Ich kann da noch nichts... Ah, doch. Tatsache. Tatsache. Ähm. Was, was? Was, 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 was soll ich damit? Ach, da muss ich wahrscheinlich jetzt zu dem Roboter. Nein. Ich will das nicht. Ich will das nicht tun. Wieso müssen wir mal... Ey, 47 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank. Aber wieso müssen wir immer mit dem Spiel unsere Freunde umbringen, die wir so... Boah, ich hasse dieses Spiel dafür. Ich hasse dieses Scheiß-Kack-Spiel dafür. Ohne Scheiß. Ich hasse es dafür. Es ist ein geiles Spiel, aber ich hasse sowas. Es tut mir leid. 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 Bleib stehen. Ich will das nicht. Es tut mir leid. Ich will das nicht. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich will das nicht. Es tut mir so leid. Boah, ich kann das nicht. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Boah, ich fühle mich jetzt so schlecht, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich jetzt so schlecht. Ich habe das Spiel jetzt schon, wie lange spielen wir jetzt schon? Wir spielen jetzt schon circa, also etwas länger wie drei Stunden, dreieinhalb Stunden. Und letztes Mal haben wir auch schon fast zwei Stunden, über zwei Stunden gespielt. Und alleine der erste Roboter, den wir gekillt haben, der sehr menschlich war, dann, wie gesagt, verkurzten da die eine Tante da, wo wir die Stecker gezogen haben, nochmal eine Tante, wo wir die Stecker gezogen haben. Und jetzt er hier, ey, das nimmt mich voll mit, ohne Spaß. Das nimmt mich sehr mit. Also das ist unglaublich. Obwohl eigentlich die, das sind Roboter, die haben eigentlich keine Gefühle, aber sie wirken so menschlich und so gefühlsecht alles an... Aber am Anfang hast du den verletzten Karl auch gekillt, den hab ich nicht gekillt. Aber den muss man doch killen, oder muss man den nicht killen? Fick dich. Fick dich. Halt die Fresse. Halt die Fresse, mein toller Freund. Nur wegen dir. Egal, ich will doch den ganzen Meeresgrund durchlaufen, bis ich hier rauskomme. Seid ihr mal, seid ihr wahnsinnig 50 Zuschauer? Seid ihr verrückt? Ja, willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Freitag, Samstag, ab 20 Uhr. Ja, sicher. Hallo und willkommen zu meinem Stream. Every Friday and Saturday, willkommen zur Let's Play Live Show. Ich hoffe, dass ihr den Stream gefallen habt. Mein Englisch ist nicht sehr gut, mein Deutsch ist nicht viel besser. So, und jetzt? Was muss ich jetzt tun? Äh, ach so, Knopf drücken. Klick. Thanks. Hättest du dich auch den Monitor zerlegen können? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich fühl mich so schlecht gerade. Boah, man fühlt sich so schlecht. Ohne Scheiße, ich fühl mich so schlecht gerade. Das ist unfassbar. Hi, new game. Yes, the game, the name of the game is ZOMA. It's a horror survival. A horror game. From the Amnesia Maker. Frictional Games. Boah, sie gar nichts. Unloading. Oh, mein Englisch ist, oh. Infernung, okay. Wow. Hey. Sorry, sorry for my bad English. Er hat kleinen Baller auf dem Gewissen. Entschuldigung, bitte. We can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears. No mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. Killer. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. Hmm, that looks like a big building, and oh je. So I've found a good balance between awareness and ignorance. It's about aliens? No. It's about brain and robots. I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion. It's a very nice story. I love it. It's a very nice horror. Very scary. Was heißt denn nochmal Gewissen auf Englisch? Weiß das einer? Hello, framerate. Danger. Ja, super. Hallelujah. Restricted area. Oh mein Gott. This looks like Bioshock. Jawoll. Straski, wake up Dr. Masters. We're bringing an AI. Wo ist es am? What's wrong? What can I say? He's on a rough day. Jesus Christ. He's all butcher by structure shrapnel. But I was sure to do the number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a threat. We need to move him. Straski, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait. Where are Kuma-Arabi and the others? This is all we got. I guess it's still a Delta. I can't do this on my own. Grab the other side. Straski, ready or not, we're coming in. Alright. See you soon. Wird das Conscience ausgesprochen? Hallo Aquila, ich grüße dich. Willkommen zur Let's for the Live Show. Hallo und willkommen. Schön, dass ihr alle eing... Oh, ich will da gar nicht rein. Na ja. Das ist alles, richtig? Danke, Catherine. Warte. Wo ist denn hier vorne? Wo ist hinten? Ah, hier. Hallo? Wo ist das? Mark? Nein, wir haben nicht mehr gesehen. Ist das Mark? Ich denke, wir sind sicher. Oh, ich war so worried, dass etwas falsch ist. Was ist dein Name? Robin Bass. Theta Field Service Technik. Schön, dass du hierher bist. Robin, wie warst du hier? Ich wurde ausgesprochen, wie die anderen. Und dann bin ich mich zufrieden. Und dann habe ich mich zufrieden. Zumindest glaube ich, das. Ich denke so. Ich kann mich nicht daran erinnern. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Hat die sterben dich in die Arche? Wow. Du bist definitiv nicht aus Theta. Ich habe mich zufrieden. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Klein Kaspar. Ich bin sicher, dass ihr euch zufrieden könnt. Ich bin sicher, dass ihr euch alle. Du bist glücklich. Es war viel über das Thema in Theta. Die Idee ist, dass wenn du in der Arche aktiviert bist, es sind zwei von dir, richtig? Ein Mensch, ein lebendiger Schatten in der Arche. Du willst nicht, dass dein Koffer zu dir überleben. Du selbst willst auf der Arche. Wenn der Mensch stirbt, bevor der Schatten ist initiiert, oder kurz nachher, du selbst wirst du in der Arche. Super, richtig? Hallo, Hakuda. Ich werde dir wissen, ob ich jemanden gesehen habe. Robin. Ich bin nicht sicher, wie ich das sagen würde. Was? Das... Das ist... Ja? ziemlich großartig, nicht wahr? Ich meine, das Arche. Ja, das ist großartig. Catherine und die Leute haben wirklich durchgeführt. Sie haben uns alle geholfen. Bis zum nächsten Mal. Willkommen. Zieh den Stecker. Virtuellkiller. Ich will da gar nicht rein, ey. Ich will da gar nicht rein. Ich will da gar nicht rein. Ich will da gar nicht rein. Ich verstehe nicht, ja, ja. Ich auch nicht. Das hat schon seinen Sinn, warum die Tür so groß ist, glaube ich. Jetzt könnte ich meinen Freund wieder gut gebrauchen für die Tür. Hier? Ich kann das herausfinden. Okay, das geht anscheinend nicht. Okay. Aha. Oh, wie cool das gemacht ist. Ohne Spaß. Ich will da gar nicht. Hallo. Ohne Spaß. Wir konnten das rauskuchen. Hey, hey. Okay, okay. Hey, hey. Ich habe mal die Lampe angemacht, die bringt eh nix, kann ich auch auslassen. Das ging jetzt schnell, zumachen ging ja nämlich schnell. Ja, finde ich super, bin ich ein ganz großer Freund von, äh, Ladebildschirm. Ich bin jetzt richtig gemein, ich bin jetzt richtig gemein und ich kann richtig gemein sein. Und die Gemeinheit dürfte euch allen jetzt eigentlich auch ein bisschen bedanken. Ich bin ein bisschen, bin ich verärgert auf zwei Leute hier im Chat, die sich vorhin so ein bisschen gekebbelt haben. Und deswegen bin ich jetzt hier an dieser Stelle heute einfach mal gemein zu euch. Denn, was uns hinter dieser Tür erwartet und was da jetzt auf uns zukommt, sehen wir erst in einer weiteren Folge der Let's Play Live Show. Und zwar nächsten Freitag um 20, äh, ne um 22 Uhr. Ja, ich bin jetzt gemein und, ähm, ja, auch wenn es 52 Zuschauer sind, vielen lieben Dank, dass ihr alle da seid, vielen lieben Dank. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt hassen dafür und du auf YouTube auch. Ihr werdet mich so hassen, ich weiß, aber darauf stehe ich, darauf stehe ich, nein. Ja, das soll's für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei allen, wie gesagt, vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart, vielen lieben Dank. Ihr wart echt toll heute wieder, ihr wart echt super, ja. Vielen lieben Dank an alle Zuschauer. Wir spielen dann nächstes Wochenende weiter. Wir sehen uns nächsten Freitag um 20 Uhr in der Let's Play Live Show, sehen wir uns wieder. Um 20 bis 22 Uhr werden wir wahrscheinlich wieder Dishonored im Live-LP spielen. Und um, äh, 22 Uhr bis dann 0 Uhr oder oben end, werden wir dann so mal weiterspielen. An dieser Stelle werden wir uns wiedersehen, ja. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt hassen, ich weiß, aber es ist ein geiles Gefühl. Nein, ich hab auch noch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen aufwärts zu suchen. Ich muss ein paar Videos schneiden und etc. pp und alles, hab ich ja gesagt. Aber trotzdem war es sehr lustig. Wir haben es sogar fast eine ganze Stunde länger gemacht. Und, ähm, ja. Wie gesagt, schaut rein, nächstes Wochenende 20 Uhr, Let's Play Live Show. Macht's gut. Ciao. Ciao.